War es das jetzt? steingemachtes.de, Thorsten Cloud von Johnny's World und Q-Man einigen sich mit Lego außergerichtlich? Warum die ganze Aufregung im Vorfeld? Was hat es damit auf sich? Was bedeutet das für uns als Lego- und Klemmerstein-Fans? Ahoi, liebe Klemmerstein-Fans! Hier ist er wieder, euer Captain. Ja, es ist viel passiert, seitdem wir das letzte Mal zu diesem Thema gesprochen haben. Ich beruhige euch. Es wird ein kurzes Video. Ich will nur noch mal kurz ein paar Sachen zusammenfassen, ein bisschen was erläutern. Und dann sind wir hier nach 10 Minuten durch. Also, bitte. Also, um noch mal kurz zu sagen, wo wir herkommen. Johnny's World, der Betreiber dieses Kanals, Thorsten Klarhold, ist auch Besitzer eines Online-Shops und Ladenlokals für alternative Klemmersteine, steingemachtes.de. Das Ladenlokal sitzt in Paderborn. Und er ist auch noch gleichzeitig Generalimporter von Q-Man. Q-Man ist ein Hersteller asiatischer alternativer Klemmersteine, kommt aus China. Ist in China auch ein sehr wichtiger Player im Markt. Einer der größten Konkurrenten von Lego. Und der möchte jetzt auf den deutschen Markt. Beziehungsweise, der ist schon auf dem deutschen Markt. Und Lego hat Sets von ihm, beziehungsweise Sets, die steingemachtes.de importiert hat von Q-Man. Einen Zoll beschlagnahmen lassen. Einen ganzen Container voll. Ich glaube, es ging um roundabout 20.000 Sets. Darüber hat sich der Besitzer von steingemachtes.de, Thorsten Klarhold, über seinen YouTube-Kanal Johnny's World ein bisschen Luft gemacht. Weil das nicht unerheblich ein Investment für ihn war. Weil er nicht wusste, wo es hingeht mit der ganzen Geschichte. Und daraufhin, ja, wie es halt so passiert im Internet. Der eine YouTuber greift es auf, der Held der Steine hat ein Video darüber gemacht. Und dann baut sich das Ganze auf. Und dann hat der Lego auf einmal einen kleinen PR-GAU. Sagen wir es mal so. Jetzt gibt es Neuigkeiten mehr oder weniger. Also am 30.03. hat Thorsten schon ein Video auf seinem Kanal veröffentlicht. Wo es darum geht, dass Lego einen Großteil der Sets freigegeben hat. Dass Lego eine Pressemitteilung zu dem Thema herausgebracht hat. Dass Lego auch in dieser Pressemitteilung hat, dass man sich glücklich einigen will. Dass man das aber innerhalb dieser Fristen nicht schafft. Und dass man deswegen wahrscheinlich prozessiert. Und man versucht aber, da eine Einigung zu finden mit Q-Man. Beziehungsweise steingemachtes.de bezüglich der Minifiguren. Es geht um die Bubblehead-Minifigur. Die in den Sets, in den Spielsets von Q-Man sind. Also gerade Polizei, Feuerwehrsets und so weiter. Daraufhin hat dann Thorsten die Sets gezeigt, die Q-Man freigegeben hat. Das sind hauptsächlich Keyplay-Sets. Hauptsächlich Mini-Modular-Buildings. Hauptsächlich Architektur-Buildings. Hauptsächlich so Brickhead-Klone. Mit asiatischen Motiven. Also nicht mit Motiven, die Lego auflegt. Sondern mit eigenen Motiven. Und Cherry-Sets. Cherry ist so angelehnt an die Friends-Serie von Lego. Eine Spielreihe, die sich hauptsächlich an Mädchen richtet. Zielgruppen, Fokussierung, Gendern und so weiter. Das ist ein Thema, das können wir in einem anderen Video nochmal beschreiben, ob das so sinnvoll ist. Und die hat eine ganz neue Figur. Und diese Figur hat Lego nicht beanstandet. Und das war für Thorsten auch wichtig. Weil Thorsten hat ja zusammen mit seinem ersten Video die Spendenaktion Bricks for the Kids ins Leben gerufen. Die halt zum Selbstkostenpreis Sets alternativer Klemmbausteinhersteller nach Deutschland importiert. Und dort an Kinderheime spendet. Damit die Kinder halt was zum Spielen haben. Was ich eine super Idee finde per se. Und er hat gesagt, jetzt wissen wir, okay, wir können mit diesen Figuren, wenn wir die auch in die normalen Spielsets bringen und nicht nur in die, die für Mädchen gedacht sind, dann haben wir eine Rechtssicherheit. Zudem hat Thorsten dann auch gesagt, dass neben den Sets von Q-Man und Keebly, das ist ein Unternehmen, die gehören zusammen, auch die Sets von Kader, Technik-Sets von Kader mit ins Programm nehmen. Und von Kasi auch Züge mit ins Programm kommen. Damit man einfach ein breiteres Themenspektrum abdecken kann. So, das ist Wasserstandsmeldung Nummer 4 gewesen. Dann kommen wir jetzt zu dem neuesten Video vom 4.4. Und das ist ja ganz groß. Lego will verhandeln. Ja, Lego will verhandeln. Lego hat sich gedacht, okay, es geht im Endeffekt ja eigentlich um das Designschutz unserer 3D-Minifigur, eines der wertvollsten Intellectual Properties, das wir noch haben. Die Minifigur von Lego sieht man ja, es gibt Sammelserien, es gibt Leute, die kaufen sich Sets nur, weil da eine exklusive Minifigur drin ist. Das ist für Lego immer noch ein Riesengeldbringer und ein wichtiges Verkaufsargument. Lego möchte das schützen. Lego hat gemerkt, okay, die Art und Weise, wie wir das versucht haben, oder wie das unsere Rechtsanwaltskanzlei in unserem Auftrag versucht hat, mit der Beschlagnahung beim Zoll, in Zeiten des Internets, in Zeiten von YouTube, in Zeiten von Mund-zu-Mund-Propaganda, die sich sehr schnell verbreitet, hat PR-mäßig uns nicht so gut in die Karten gespielt. Wir versuchen es jetzt mit Johnny's World und Human in einer außergerichtlichen Einigung. Prinzipiell finde ich die Idee super. Denn ob das Ganze vor Gericht entschieden wird, oder ob das Ganze in einer Einigung zwischen zwei Unternehmen entschieden ist, wo für beide dann Rechtssicherheit gilt, Für uns Konsumenten bedeutet es im Endeffekt, dass Lego ein Interesse daran hat oder gemerkt hat, dass es per se schlecht ist, als großes Unternehmen so zu handeln wie ein großes Unternehmen. Und dass sie quasi auch sehen, okay, es gibt alternative Anbieter, wir können da rechtlich eigentlich wenig noch gegen machen, weil unsere Patente am Stein und so weiter sind ausgelaufen. Wir müssen die irgendwie auf den Markt nehmen. Es gibt eine Nachfrage danach, es gibt Resonanz danach, wenn wir halt versuchen, das mit irgendwelchen etwas schwierigen rechtlichen Mitteln durchzusetzen. Also, okay, wir lassen diese Konkurrenz so. Das heißt für uns, wir haben das, was ich immer gesagt habe, was wir ja eigentlich wollen. Wir haben mehr Angebot, wir haben eine höhere Konkurrenz, wir haben einen stärkeren Mitbewerberdruck. Das heißt, entweder die Preise gehen runter oder die Sets werden besser. Das ist so meine Hoffnung da drin, oder das ist das, was so die Vergangenheit gesagt hat. Es ist immer schlecht, wenn es einen Monopol gibt oder einen Oligopol. Das ist gut. Jetzt gibt es einige, die sind enttäuscht davon, dass es nicht zu einer Rechtsschreitigkeit gekommen ist. Und da hat Thorsten, finde ich, ganz gute Punkte gebracht, warum er sich da erstmal nicht darauf einlassen will oder warum man überhaupt auch diese Gesprächsbereitschaft mit Lego zeigt. Denn das ist natürlich auch an Bedingungen geknüpft. Also Thorsten darf sich jetzt nicht weiter zu diesen Gesprächen äußern. Er muss eine Verschiedenheitserklärung unterschreiben. Das ist wohl auch Standardprozedere, wie es auch sein Anwalt ihm schon bestätigt hat. Aber er ist halt dazu bereit, weil es A, eine schnelle Lösung ist. Gerichtsverfahren können sich in die Länge ziehen. Man kann gegen das Ersturteil immer Einspruch einlegen. Das heißt, man kann in Revisionen gehen. Und das bedeutet halt, wenn das Ersturteil zum Beispiel für Q-Man negativ aussagt würde, Q-Man, dann ein zweites Verfahren anstreben, Lego umgekehrt. Das heißt, so ein Prozess kann sich dann auch schon mal drei, vier, fünf Jahre in die Länge ziehen. Solange hätte man halt keine Rechtssicherheit. Oder solange könnte Lego sagen, hey, wir haben da ein laufendes Verfahren, die Sets kommen nicht ins Land. Auf der anderen Seite ist es so, dass es bei diesem Rechtsverfahren auch nur um die Q-Man-Figur gegangen wäre. Das heißt, jeder andere Anbieter von Sets mit Minifiguren, also Sembos, Luban, etc. pp., müssten diesen Kampf quasi auch nochmal ausfighten. So, die müssen sie jetzt auch nochmal ausfighten. Aber sie haben zumindest einen Anhaltspunkt, was an Minifiguren in Europa klar geht und was nicht. Oder was in Deutschland klar geht für Lego und was nicht. Wenn man zu einer Einigung kommt. Das ist ja der Punkt. Was wir aber aus dieser ganzen Geschichte lernen können, ist, wenn man als Community Druck macht, auf einen großen Hersteller und es schlechte Presse hagelt, und es hat ja wirklich große Wellen geschwappt, selbst das Fernsehen hat darüber berichtet, der Spiegel hat darüber berichtet, also es gab wirklich sehr große Wellen, die das Ganze losgetreten hat, dann können auch Unternehmen ihre Denkweise ändern und einlenken. Allein die Tatsache, dass Lego eine Pressemitteilung zu dem ganzen Thema herausgebracht hat. Man darf nicht vergessen, es geht hier um einen kleinen Einzelhändler, der für eine in Europa komplett unbekannte Marke Sets importiert, aus Klemmbaustein. Es geht hier nicht darum, dass Q-Man in Europa eine Riesenmarke schon ist und dass Q-Man irgendwie etabliert ist und so weiter, sondern es geht wirklich darum, dass ein kleiner Einzelhändler mit einem Shop und einem Ladenlokal, der Q-Man vertreibt und importiert, es hinbekommen hat, dass Lego eine Pressemitteilung herausbringt, in der sie sagen, okay, wir sind gesprächsbereit. In der Lego nochmal seinen Standpunkt natürlich erläutert, das ist natürlich ein gutes Recht und ich kann den Standpunkt auch in gewissen Dingen durchaus nachvollziehen, aber es hat was bewirkt und das finde ich ist schon ganz bemerkenswert. Und auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, das ganze Thema ist eine reine Deutschland-exklusive Geschichte, vielleicht noch Österreich, vielleicht noch Schweiz, aber wenn man aus diesen Ländern rausgeht und sich den Lego-Kosmos oder den Klemmbaustein-Kosmos anguckt, weltweit, also den asiatischen Markt, amerikanischen Markt, auch den europäischen Markt, über den deutschsprachigen Raum hinaus, dann interessiert das eigentlich kaum jemanden. Das ist so. Das ist hier wirklich in der Lego-Kenner-Bubble oder in der Klemmbaustein-Kenner-Szene-Bubble ist das ein Riesenthema, aber sonst, hey, wirklich, interessiert es kaum jemanden. Also wir sind hier wirklich in so einem Punkt angekommen, wo man sagen muss, ich glaube für das, worum es geht, hat Johnny's World mithilfe der Community, mithilfe der öffentlichen Videos, mithilfe der Spendeaktien, mithilfe dem öffentlichen Druck, den er aufgebaut hat, ich glaube bis jetzt das Maximum rausgeholt. Und für uns als Kunden ist das aktuell natürlich eine super Geschichte, weil wir mit Q-Man kriegen wir neue Spielsets für unsere Kinder, die zu einem günstigen Preis oder zu einem günstigeren Preis im Markt da sind. Klar, man kann natürlich darüber diskutieren, ob man sich da vor irgendeinen Karren hat spannen lassen. Auf jeden Fall, kann man. Aber man muss ja gar nicht sagen, dass es einem um Q-Man ging, sondern mir ging es zum Beispiel bei der ganzen Geschichte nur darum, dass alternative Hersteller nicht abgeschreckt werden, überhaupt auf den deutschen Markt zu gehen. Sondern, dass man halt merkt, okay, es ist mit Hürden verbunden, aber diese Hürden kann man nehmen. Und das ist für mich wichtig. Ich bin auch überhaupt keiner, der Q-Man-Sets jetzt großartig in Erwägung zieht, weil ich spiele nicht mehr mit Feuerwehrautos und ich brauche keine Polizeistationen. Ich habe keine Lego-Stadt zum Beispiel oder ich habe keine Stadt aus Klemmbaustein. Das ist ein Thema, das interessiert mich auch nicht. Mich interessieren mehr so die Technik-Sets, mich interessieren die Modular-Buildings, weil sie coole Details haben, weil sie schön im Regal aussehen. Ich bin ein klassischer Adult-Fan of the Brick. Aber ich freue mich halt, dass man sieht, okay, man kann als Hersteller alternativer Klemmerstein oder als Anbieter alternativer Klemmerstein-Sets im deutschen Markt durchaus Fuß fassen. Es ist nun nicht ganz so einfach wie gedacht. Ich sehe gerade, wir sind über den 10 Minuten doch gelandet. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber freut euch, dass Verhandlungen aufgenommen werden, dass Lego eingeknickt ist bzw. eingelenkt hat. Eingeknickt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es muss ja immer noch ein Konsens gefunden werden, eine Übereinkunft. Und freut euch darüber, dass wir wahrscheinlich in naher Zukunft nicht aufhören werden, Klemmerstein-Sets anderer Hersteller im Markt zu haben. Das ist doch cool. Wir haben wirklich, es gibt wirklich gute Alternativen. Ich habe gerade erst die ganze Range an Technik-Alternativen vorgestellt. Klar, auch da gibt es rechtliche Probleme. Auch da gibt es Grauzonen. Habe ich auch genannt, wie man die umschiffen kann bzw. wie man sich da informieren kann und als mündiger Käufer selbst entscheiden kann. Aber es ist doch gut. Es ist doch gut, dass die Auswahl gesichert ist, sagen wir es erstmal so. Und ich werde auch, habe mir auch ein paar Klee-Sets angeguckt, denn die Klee-Sets, die ich interessant finde, die Mini-Modular-Buildings, die gibt es auch von anderen Herstellern. Und da werde ich demnächst sicherlich auch nochmal eine kleine Range vorstellen. Also, auch ich habe aus diesem Streit profitiert, denn ich habe eine Marke kennengelernt, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und so sollte es uns alle gehen. Wir sollten das Positive aus der ganzen Sache rausziehen und das Negative, das sollte uns bei einem Hobby erstmal gar nicht interessieren. Deswegen, bleibt gesund, baut was Schönes. Bis dann, euer Käpt'n. Bis dann, ich bin.